So, hier geht's auf jeden Fall nach oben. Aber ich will ja nach unten, nicht nach oben. Und los. Alter, geil, da bin ich auf dem gelandet und hab ihn damit erledigt, die fette Statten. Oha, okay, jetzt machen sie sich. Teilen sich ein bisschen auf. Hui. Jetzt wird's hier langsam unangenehm. Die halbe Stadt ist tot. Wir werden keine drei Monate mehr überleben. Verdammt, jetzt komm ich hier nicht nach unten. Scheiße, ey. Hätte ich wahrscheinlich doch draußen machen müssen. Das find ich jetzt irgendwie ein bisschen blöd. So, mach mal da schön schlafi, schlafi. Unzerstörbarer Tür. Das ist eine Glastür. Wenn die unzerstörbar ist. Moment mal, 22 Meter. Ne, ist noch da drunter. Scheiße. Ach man, ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Im Gebäude kann ich ja jedenfalls nicht weiter runter so ansehen. Ich bin hier. Sieben ist das Besprechungszimmer. Eins ist zum Holgersquare. Das ist der Eingang. Hier gehen zwei Treppen nach oben. Ach ja. Verhörzimmer ist neun. Ich bin jetzt hier hochgegangen und bin hier rausgekommen. Okay. Das heißt hier. Hier führt's wieder nach unten. Aber woanders nach unten. Hier könnte es vielleicht sein. Oder hier. Das heißt, ich muss praktisch einmal auf die andere Seite. Nun gut. Hol ich mir erstmal die Rune in elf Metern. Jawohl, ne Rune. Kempelsglas. Ah. Geil. Was ist das? Ich hoffe, Sie schlagen es nicht aus. Damit gehen die Geschäfte gleich viel besser. Beschlossen? Ein Diener muss hier gewesen sein. Lassen Sie mich mal sehen. Kein Behördung, will ich nicht den richtigen? Der war es nicht. Nein. Aber hier sind wir. Randmarkungsanweisungen. Das sind die Zeit, bis dahin nicht zu machen. So. Dann wollen wir doch mal sehen. Ich auch nicht, ich auch nicht. Erst stirbt eine Hube und dann dies. Ein Lein, ein tyfianischer Rote. Bin mal gespannt. Danke. Nun, die Geschäft. Kernel sollen wir ja, oder wollten wir ja retten. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Meine Männer, ihre Aufseher, einige professionelle Damen. Vielleicht etwas zu viel Bier. Ein Streich mit einem befreitenden Huhn und zehn Minuten später gibt es in der Trivers Alley nur noch Blut und Elend. Huhn? Ich wünschte, ich wäre da gewesen. Immer mit der Ruhe. Tja. Hab sie den falschen Hals bekommen. Nun zu diesen Aufsehern. Die mindestens so schuldig sind wie meine Männer, wenn nicht noch mehr. Aber meine Aufseher haben einen Ruf zu verlieren. Ich kann Ihnen nicht erlauben, Sie... Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Wer hat das getan? Was ist los? Wovon reden Sie? Keine Zeit. Hören Sie zu. Sie müssen dem Lord Regenten auftragen, das schwarze Buch zu verbrennen. Verstanden? Verbrennen! Das schwarze Buch? Was meinen Sie? Sagen Sie es Ihnen. Farnen Sie sie. Dann möge die Seuche sie holen, Sie unfähiger Nichtsnutz. Ich kannte sie nie leiden. Er ist in der Tisch. Kennt man? Er ist tot. Wachen! Wachen! Sofort hierher! Ich hätte mich auch unter dem Tisch verstecken können. Bleiben in der Ophizeiung. Was haben Sie getan? Er wurde vergiftet. Eben war noch ein Anhänger Ihres Ordens bei Ihnen. Vielleicht ein Initiierter. Nehmen Sie ihn fest. Sie geben hier keine Befehle. Seien Sie doch vernünftig. Er muss schon auf der Flucht sein. Verfolgen Sie ihn. Ich werde einen Bericht anfertigen. Vergessen Sie den Bericht, Körner. Und geben Sie mir all Ihre Waffen. Sofort. Idiot! Noch einen. Und ich steche Sie ab. Sie haben vergessen, wo Sie sind. Ja, das ist. Das werden Sie verrollen. Feuer! Hilf mir doch, jemand! Du wirst im Fluss lachen. Zurücktreten! Achtung! Diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren... ...und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. Oh, fuck! Jetzt ist das hier zu scheiße. Jetzt komme ich ja da nicht mehr rein und kann nicht mehr das Tagbuch holen. Das ist natürlich doof gelaufen. Wir sollen auch damit rechnen, man. Achtung! Diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren... ...Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. Nein. Eine Springmine. Okay. Die komme ich da jetzt rein. Noch. Ich will noch die letzte Rune haben, selbstverständlich. Und jetzt gerade sind hier keine Feinde. Achtung! Diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. Okay, so komme ich zumindest wieder hoch, aber... Wie zur Hölle? Komme ich jetzt zur Rune? Ich will die Rune haben. Vorher gehe ich nicht. Achtung! Diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. Scheiße! Scheiße! War so klar, ne? Alter! Wie der mich sofort bemerkt hat. So ein Scheiß. Egal. Vielleicht habe ich... Ich weiß ja nicht, wo ich wieder einsteige. Geld, 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 Geld! Randmarkungsanweisungen. Ich hoffe, Sie schlagen es uns abends. Damit können die Geschäfte gleich fliegen. Randmarkungsanweisungen. Beschlossen? Ein Diener muss hier gewesen sein. Lassen Sie mich mal sehen. Kein behalbe ich nicht, den richtigen Punkt. Der war es nicht. Nein. Ich verstecke mich hier einfach mal ganz fies unterm Tisch diesmal. Ich weiß nicht, wie das alles so unschön geworden ist. Dann kann ich das Buch klauen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Erst stirbt eine Hube und dann dies. Einen war hin. Ein tyfianischer Rother. Danke. Nun, zum Geschäftlichen. Was ist Ihrer Meinung nach gestern Nacht passiert? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Meine Männer, ihre Aufseher, einige professionelle... Vielleicht etwas zu viel Bier. Ein Streich mit einem entflohenen Huhn und zehn Minuten später gibt es in Teevers Allie nur noch Blut und Elend. Ich wünschte, ich... Ja, was da ist. So. Zack. Das erledigt sich da ja sowieso von selbst. Da ich ihn schon bestohlen habe, kann ich mir das sparen. Und ich kann jetzt nochmal kurz hier... Ja. So, die Frage ist jetzt... Irgendwo geht es hier ja wahrscheinlich in die geheimen Räume. Büro des Oberaufsehers. Ah, hier wird wahrscheinlich... Jawoll! Hier haben wir es. Ach, nicht durchgeguckt. Das ist natürlich gefährlich. Oder kann gefährlich werden. Aber immerhin habe ich jetzt die Chance. Die Rune ist dort drüben. Zu den Zwingern? Nein. Ich bleibe erstmal noch hier. Aber das ist ein guter Flucht... Flucht... Fluchtweg. Der Hals da ist. Verflucht. Zum Hinterhof? Ne, ich will noch die Rune. Achtung! Diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten... Und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. Okay. Nochmal kurz gucken. Da unter! Wie zur Hölle soll ich denn da runterkommen? Okay. Wahrscheinlich ist sie eigentlich ganz einfach zu finden. So. Zum Zwinger gehen. Was auch immer das ist. Welch Korruption. Welch Schönheitlichkeit. Wenn ich dich finde, hast du nichts zu sagen. Wenn ich dich finde, hast du nichts zu sagen. Ein Hund? Und da bist du. Und da bist du mein Kranke, Junge. Ich hole dich zu. So. Oh, das kennst du nicht wahr? Der Hals da ist. Alter Schwede. Ich will eigentlich, dass da noch mit wegklauen halt so. Aber mit den ganzen Hunden und so, das ist mir ja schon ein bisschen suspekt, ne? Oder könnte ich mich theoretisch darauf teleportieren? Auszug aus einem Werk, das eins der sieben Gebote erläutert. Zäume deinen irrenden Geist, bevor er mürrisch und uneins wird. Können zwei Gegner den gleichen Körper besetzen? Nein, denn der erste wird ihn in eine Rie...